Meine Damen und Herren, Helene Fischer, herzlich willkommen. Ganz ehrlich, das ist die Essenz unseres Lebens, wenn wir nicht zurückgeben, das, was wir als Glück empfangen dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe so auf der Sonnenseite des Lebens. Ich habe durch meinen Beruf einen Traumberuf, den ich ausüben darf. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, heute Abend hier zu sein bei euch. Und von daher, also ich versuche wirklich bei allem, was ich tue, auch immer ein Stück weit zurückzugeben. Auch wenn es einfach nur ist, dass ich meine Musik mit den Menschen teile und sie in diesem Moment einfach ein bisschen glücklich mache. Dankeschön dafür. Vielen Dank. Großartige Helene Fischer. Danke.